Lieber Georg Schubauer, vielen Dank für dein 300. Like. Ich werde jetzt die nächste Zeit dich kontaktieren per Nachricht und ein bisschen Kontakt mit dir aufnehmen. Du darfst dir ein Rezept wünschen und mein Lieblingsgericht wünschen, was ich dann speziell nur für dich kochen werde und das auf meiner Page dann veröffentliche. Danke nochmal und habt einen schönen Tag.